Herr Lindauer, wie kompatibel ist denn hier die E-Ladesäule? Kann das von jedem E-Auto genutzt werden? Ja, das kann von jedem E-Auto genutzt werden und zwar in unterschiedlichen Bezahlformen, sogenanntes Direktbezahlsystem. Also man kann sich einfach mit RFID-Card oder auch mit seinem Handy und dann bargeldlos bezahlen und tanken, überhaupt kein Problem. Und Herr Schneider, was wird denn, dass die Bürger in nächster Zeit kosten, hier an der E-Tanksäule zu tanken? Ja, also was wir hier sehen, ist ein Pilotprojekt im Zusammenhang mit der Stadt. Mit der Stadt starten wir, sowohl was die Nutzung der Ladesäule angeht, als auch die Nutzung des E-Carsherings. Das heißt, die Stadt wird für Dienstfahrten, Botenfahrten diese Fahrzeuge nutzen. Nach Feierabend werden die Fahrzeuge auch genutzt werden können von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Rottkau. Diese Testphase soll circa einen Monat dauern und danach wollen wir dieses E-Carshering-Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger in Rottkau bereitstellen und sind bis dahin auch so weit, dass wir die Preise kalkulieren. Ich kann Ihnen eins versprechen, oder wir können Ihnen eins versprechen, das wird ein günstiges Angebot sein, weil es unsere Absicht ist, die Nachfrage anzuregen. Und von daher brauchen wir noch zwei bis drei Wochen, bis die Preise kalkuliert sind. Aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall günstig sein. Sie sind jetzt schon mit einem Auto gefahren. Empfehlen Sie das den Bürgern, das gleich zu tun? Ja, also E-Autofahren ist toll. Es ist wirklich lautlos, geräuschlos, super Feeling. Auch die Beschleunigung des Drehmoments ist natürlich ganz anders. Und also wirklich ein ganz tolles Gefühl. Man kann es nur empfehlen. Es macht richtig Spaß. Den möchte ich gerne beipflichten. Also es ist Fahrspaß auch pur mit den Fahrzeugen. Und der Umwelt zuliebe wollen wir auch die Energiewende in den Rottkau nach vorne bringen. Es macht einfach Spaß. Man kann es nur jedem empfehlen. Und deswegen freuen wir oder würden wir uns auch sehr freuen, wenn das Angebot ab Januar sehr rege angenommen wird. Ganz kurze Frage noch. Ich habe auch gehört, Sie bieten diese E-Säulen für private Haushalte an. Stimmt das? Ja, wir haben also neben den öffentlichen Ladesäulen private Ladesäulen im Angebot für 599 Euro, die wir auch bezuschussen mit 100 Euro, weil wir auch wissen, dass 80 Prozent der Ladevorgänge vermutlich beim Arbeitgeber stattfinden oder eben auch im privaten Haushalt. Dankeschön. Das war's schon. Dankeschön.